Hey, wisst ihr zufällig, ob das das Schloss Belvedere ist oder wie das heißt? Nein, ich hab auch gesehen, ich hab auch gesehen. Okay, aber da hinten ist doch, das ist doch Goethe Park, oder? Ja. Und habt ihr sonst noch heute Abend was vor? Ich habe nämlich ein riesen Rohr in meiner Hose. Wollt ihr es euch nicht nochmal überlegen? Ja, damit kann man echt Spaß haben.